So, da sind wir auch schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich Überlebe Sturmphasen. Ich zeige euch direkt, was damit gemeint ist. Ich mache das Ganze jetzt in Gruppenkeile. Würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr noch andere Aufgaben macht, geht in Gruppenkeile, weil ihr werdet die Aufgabe dann automatisch miterledigen, weil ihr könnt euch nur nicht mal dagegen wehren, in Anführungszeichen. So, dann kurz in eigener Sache. Ihr seht ja, 512 Abonnenten. Ich werde jede Aufgabe hochladen. Wie ihr seht, es sind nur noch 4 Stück übrig. Ich hoffe, ihr könnt mich supporten, indem ihr einfach mal ein kostenloses Abo dalasst. Würde mich natürlich freuen. Gleichzeitig gebe ich natürlich auch was zurück, nämlich den PaySafe-Code. Wie gesagt, alle 10 Abonnenten kommt unten eine Zahl hinzu. Ihr seht, es fehlen noch 5. Bei 520 werde ich die nächste Zahl bekannt geben. Wenn du komplett neu bist auf dem Kanal, einfach mal in die Videobeschreibung gucken. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und wo ich auch erkläre, wie das mit dem Code genau funktioniert. So, dann gehen wir mal rein in die Aufgabe. Und dann, wo landen wir denn mal? Ich würde sagen, wir erkunden jetzt endlich mal diese Insel. Ihr kennt das bestimmt auch. Ihr habt noch bis 100 pro so viele schwarze Flecken, aber ihr springt dann irgendwie doch nicht hin. Aber wir machen es jetzt auf jeden Fall. Und dann erkläre ich euch auch direkt, was es mit diesem Sturmphase auf sich hat. Erstmal hier landen. Ach, hier sind die gelandet, nehme ich mal an. Als sie hier auf die neue Map kamen. Städtchen da, hier ist doch das Lootzeug. Ja, Absturzstelle. Neues Erntewerkzeug. Schmeckt. So, bevor ich jetzt hier rumloote. Also, ihr seht jetzt diesen Kreis. Im Prinzip von außen kommt ja diese Tone. Im Prinzip, wisst ihr, das ist halt der Sturm. Und sobald dieser Sturm einmal diesen Kreis geschlossen hat, habt ihr eine Sturmphase überlebt. Danach wird die Zone nochmal kleiner. Wenn ihr dann immer noch lebt, habt ihr wieder eine überlebt. Das Ganze müsst ihr halt 10 Mal schaffen und schon habt ihr die komplette Aufgabe gelöst. Es macht natürlich Sinn im Solo-Modus, aber ich wollte es jetzt nur mal demonstrieren. Nicht, dass ich irgendwo lande und direkt tot bin. Wie ihr seht, 5 Minuten dauert das Ganze noch, bis die Zone zugeht. Aber wir warten jetzt einfach mal, bis die Zone schon mal mindestens zu sehen ist. Und dann wisst ihr auch genau, was ich meine. Ich meine, das ist eigentlich eine einfache Aufgabe. Aber wenn man natürlich die Aufgaben direkt machen will, was ich komplett verstehen kann, guckt man natürlich danach. Und wundert euch nicht, die anderen, die es wissen. Ganz ehrlich, da frage ich mich, warum guckt ihr das Video? Weil, ich wurde schon öfters jetzt angeschrieben, warum lädst du denn so eine Kacke hoch? Aber es gibt immer welche, die es nicht wissen. Gebt denen doch auch die Chance zu erfahren, was ist damit genau gemeint. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ihr dürft nicht vergessen, hier spielen auch kleine Kinder mit. Es ist halt in Anführungszeichen ein Kinderspiel, so blöd sich das auch anhört. Deshalb, habt auch ein bisschen Respekt denen gegenüber. Wir gehen jetzt erstmal rüber und gucken, dass wir den Strand dann auch gerade schnell erkundet bekommen. Und dann müsste die Zone eigentlich schon deutlich sichtbar sein. Und dann werdet ihr auch direkt wissen, was ich wirklich gemeint habe. So, gerade mal schnell hier ein bisschen Holz, damit ich da rüber gleiten kann. Aber eigentlich müsste... Ne, ich muss mich da rüber bauen. So, zack. Warum hält er hier doppelt? Hör doch auf, doppelt zu bauen. Wieso baut er denn doppelt? So, dann geht man gerade mal hier an den Strand. Hier war ich nämlich auch noch nicht. Und ihr seht ja schon, hier draußen wird es jetzt ganz langsam lila. Und da oben seht ihr auch schon, das ist der Sturm. Wie halt auch der Sturm im wahren Leben aussieht. Nur halt nicht lila. So, jetzt seht ihr. Jetzt kommt dieser lila in den Kreis. Wird er jetzt immer kleiner. Der geht halt auf den Punkt hin. Der geht halt genau hier geht er hin. Ihr seht ja jetzt, der Kreis wird immer mal kleiner. Und wenn dieser Kreis einmal geschlossen ist, dann habt ihr eine Sturmphase überlebt. Und mehr ist es halt wirklich nicht. Ich meine, wir können jetzt gerne noch die 2 Minuten 40 warten. Und dann habe ich jetzt halt eigentlich auch hier die Ecke noch erkundet, nehme ich mal an. Und dann seht ihr auch, wie das Ganze aufzählt. Und dann habt ihr das Ganze auch schon geschafft. Und wie gesagt, nochmal wegen dem Passive-Code. Zeitknacken, macht euch da drüber keinen Kopf. Und wenn ihr nur hier seid, wegen dem Code zu knacken. Ja, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. So, Leuchtturm war ich nämlich auch noch nicht. So, wie ihr seht, ich kriege auch jetzt Leben abgezogen am Sturm. Und ihr seht, der Sturm wird halt jetzt immer, immer kleiner. Und wenn dieser Kreis halt einmal geschlossen ist, dann zählt das als eine Sturmphase. Und danach wird der Sturm halt nochmal einen Tick kleiner. So, das Ganze dauert immer noch eine Minute. Ha, die Zeit geht aber auch nicht rum. Aber ich schätze mal, dass ich eh vorher schon einmal gestorben bin. Ich hol schon mal ein bisschen Metz mit. Und wie gesagt, es ist auch nicht schlimm, wenn ihr jetzt sterbt. Und, weil ihr respawnt ja eh wieder, also eine Zone habt ihr dann trotzdem überlebt. Also macht euch da drüber auch keinen Kopf. So, ich habe noch 33 Leben. Ah, die Bojen hier habe ich aber auch noch nicht gesehen. Oh, man kann es aber kaputt machen. So, jetzt haben wir noch 18 Leben. 10, 9, 8. So, wie ihr seht, die Zone geht jetzt immer mehr zu. Wenn die halt wirklich an dem weißen Rand angekommen ist, dann habt ihr eine Zone überlebt. So, jetzt passt auf. Jetzt geht sie nämlich zu. 5, 4, 3, 2, 1 und zack. Jetzt seht ihr, überlebte Sturmphasen 1 von 10. So, jetzt müsst ihr quasi wieder 5 Minuten warten. Und dann warten, bis der Kreis wieder zugemacht hat. Und dann habt ihr die Aufgabe schon erreicht, wenn ihr 10 Mal sowas überlebt habt. Und egal, ob ihr sterbt, ihr habt ja gesehen, ich bin jetzt auch gestorben, trotzdem hat es gezählt. Also macht euch da mal keinen Kopf drum. Und dann würde ich sagen, an der Stelle haut rein. Und viel Spaß mit den anderen Aufgaben, die ich natürlich auch für euch hochlade. Also, Abo nicht vergessen und haut rein.